Zweifle an dem Lauf der Sterne, zweifle an dem Sonnenlicht, zweifle an der Wahrheit gerne, doch an meiner Liebe nicht. Hoch verehrtes Publikum, es ist soweit. Eine neue Woche, eine neue Runde. Ja, wie wir selbst erst kürzlich erfuhren, sehen wir eine Darbietung von Hamlet. Niemand hier weiß, was uns erwartet. Und sowas in einer Live-Sendung. Leg die Nachtfarbe ab, Hamlet. Und sieh den König von Dänemark als einen Freund an. Such nicht ewig mit gesengten Liedern im Staub nach deinem guten Vater. Du weißt, es ist normal. Dass er wahnsinnig ist, stimmt. Es stimmt, dass das traurig ist und es ist traurig, dass es stimmt. Ein blödes Team. Aber halten wir fest, dass er wahnsinnig ist. Dann gilt es jetzt herauszufinden, was die Ursache des Defekts ist. Willkommen zurück im Studio von Rosenkranz und Güldenstern. Dein ehrlicher Talk am Nachmittag. Und hier sind ihre Gastgeber. Rosenkranz und Güldenstern.